Hallo Leute wassup man? Was geht ab Jungs? Ich bin lieber auf Seite gut drauf oder was? Leute, willkommen zu einem weiteren Daily Vlog mit den Hunden. Alter, verschwindet. Junge, ich habe zu viele Hunde in meiner Wohnung. Leute, willkommen zu einem weiteren Daily Vlog hier im Hay House. Endlich wieder back. Ende der Geld am Start, Alter. Junge, ist das krank mit drei Hunden, Alter. Ich glaube, das war keine gute Entscheidung. Und alle sind weg. Außer Flash. Hallo Flash. Na Minimann, wie geht's hier? Leute, das witzige ist aber, ich bin heute nur noch einen Tag hier. Denn ich gefahre mich heute wieder zurück in meiner hometown nach Rheine zu meiner Schwester. Ja, moin. Digga, ich habe mich so erschrocken, Digga. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Diese großen Hunde bellen etwas lauter als die kleinen. Junge, ist anders laut gewesen. Flash, wir gehen jetzt zu Lea. Ja, die geht zu Lea. Ja, wir gehen jetzt zu Lea. So, Leute, wir sind angekommen, Bros. Wir sind in Rheine. Boah, ihr stinkt so hart, Alter. Ich lasse euch doch lieber hier drin. Und wieder zumachen. Das reicht, okay. Heute ohne die Hunde, Leute. Schwarz. Hallo, ich. Hallo, Madame. Hallo, Madame. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe eine ganz tolle Videoidee für morgen, Madame. Ich habe noch mal die Bescheid zum Flash. Oh, Flash. Guck mal. Ja. Oh, er ist jetzt in der... Er ist in Butsch. Ja, Madame, hast du Flash vermisst? Renn im Geist ist keine Lust. Renn im Geist ist keine Lust. Oh, Mann, Alter. Wuuuh, Leute, wir sind endlich wieder zurück hier in Rheine, meine Freunde. Das ist so, wie geht ab wie weit es wieder crazy weiter und gleich gehen wir noch zu meiner Oma. Heute ist so ein kleiner Ankommens-Tag und Lea scheint gerade ein hässliche Video. Ich sitze jetzt gerade im Auto, aber wir fahren nicht zum Turnier oder so. Ah, toll, Madame. Wir machen jetzt noch eine kleine Tour mit dem wunderschönen Hey-Roller. Madame, Sie sind in der letzten Zeit schon relativ viel mit dem Ding gefahren, ne? Ja. Aber jetzt fahre ich wieder. Nein. So, was ist denn verdammt, Sie fahren Fahri, ich hab doch keinen Fahri hier. Nein, soll mal einen Fahri nehmen. Ich nehm den Schuss, Fahri nicht und Fahri heißt aus dem Fahrrad, Leute. Also, Leute, ich nehm jetzt den Rolli. Flash, wir machen jetzt eine Tour, wuuuh, zu meiner Oma. Da, 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 da. Drew! Die flash, dumme Tour! Kalle! Ich glaub, das ist mein Schatz! Hallo, Moni! Moni wusste scheinbar gar nicht, dass ich komme, deswegen bist du etwas überrascht. Wann bist du denn gekommen? Ich bin jetzt, äh, heute Mittag gekommen. Heute Mittag schon, ja dann muss man doch viel Eherzüge machen Ah ja, Mann, dann was machen sie hier in dem Haus? Manny und ich sind hier und dann wurde die müde und du hast dich zur Ruhe gelegt Also Flash ist auf jeden Fall ziemlich müde, glaube ich, noch vor unserer Tour, ne Flash? Wann haben, ich würde sagen, das ist ein ganz kurzes Video, aber willst du mal was Tschüss sagen? Ich sag jetzt Tschüss, ich war gerade auf dem Turnier mit dem Team So, Leute, ich würde sagen, geht auf Hesha.de und ihr habt den besten Text, ich bin da nicht mehr gewählt, weil ihr seid ein Blitz Holen euch das blaue, wunderschöne T-Shirt, Leute, seid ein Blitz, seid schnell, Leute, jeder andere Heute mal ein etwas kurzeres Video, dafür aber crazy wie immer Ich habe aus dem jetzt einen TikTok-Kanal gemacht, Leute Folgt mir da mal auf Hey Moritz, ich habe da jetzt so ein Recap-Video hochgeladen, das ist aber ganz cool Folgt mir mal, Leute, und jetzt sagen wir mal Berlin Bis bald, wasBiss da ist Bis bald, 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 bis bald WimtPO 22 mit eine ganze Ruhe Wimtoko Bus B Bis zum nächsten Mal.